welcome back ladies and gentlemen ich bin sauerp psycho ich bin wieder am start mit einem weiteren video ihr habt bereits im neuen update von phasmo das am 17 august kam habt ihr bereits ein video gesehen und einen live stream jedoch bin ich noch nicht genauer auf die patch notes von steam eingegangen und da nicht jeder unbedingt der englischen sprache mächtig ist dachte ich mir ich gehe mit euch mal die einzelnen punkte durch ich werde nicht auf jeden punkt direkt eingehen und auch sein dass ich einiges rauskarten werde oder gar nicht erst darauf eingehe das sehe ich im zuge dieses videos was relevant ist und was nicht so dass wirklich die wichtigsten informationen habt damit ihr ordentlich spielen könnt aber jetzt nicht unbedingt das video 40 minuten angeht weil alles drin ist das kann man 17 august raus heißt es sind schon eigentlich schon mal ganz gut soll auch das größte abend von phasmo sein ganz am anfang ja erst mal so eine floske welcome back und blablabla dann progression der new leveling system has been added with new rates of progression new and locks and a prestige system also viele haben werden das schon bemerkt haben die level wurden resettet man hat einen so ein armband bekommen dass der charakter hat und wahrscheinlich multiplayer dann sichtbar wird mit dem alten level alle die schon gespielt haben und die wahrscheinlich schon über level 100 waren haben schon prestige 1 bekommen was bedeutet maps und schwierigkeitsgrade sind erhalten geblieben alles andere wurde resettet auch das gilt for the system to function all current players have been reset to prestige 1 level 1 this way you can continue to play with your unlock difficulties and locations new players will start at prestige 0 level 1 im grunde genau das was ich gerade erzählt habe warning players now found editing der level will be banned kleine warnung an dieser stelle von den entwicklern wenn man irgendwas am level schraubt sich irgendwie level dazu modelt oder sonstiges ich weiß nicht genau wie man das wie man das macht der wird direkt gebannt also hier worte der warnung vorsicht begin direkt weiter zu dem equipment denn hier gibt es auch neue neue gegenstände unter anderem beziehungsweise ein neues level up system und zwar upgrades es gab vorher 22 gegenstände jetzt gibt es 60 gegenstände und die meisten dieser gegenstände kann man upgraden von stufe 1 2 und 3 ich kippen ist item now has three tiers increasing your equipment count from 22 to 60 und das finde ich eigentlich amüsant denn hier steht jedes item hat drei tiers also drei stufen und vorher gab es 22 jetzt gibt es 60 ok also scheinbar ist auch irgendwie was weggekommen fand ich sehr spannend die es kostet a large sum of money to unlock but each tier will cost the same to bring into our contract also es kostet sehr viel geld ein gegenstand aufzuleveln jedoch kostet er genauso viel wie vorher um ihn mitzunehmen aufgelevelte gegenstände kosten jetzt nicht mehr und das ist schon mal sehr sehr gut du upgrade a piece of equipment reach the required level go to the shop and press on any items ui title on the screen then hit upgrade also damit ihr es upgraden könnt müsst ihr in den shop gehen müsst auf das freigeschaltete item gehen das hier aus dass sie aufleveln wollt und dort könnt ihr noch das auf den ui teil klicken und da könnt ihr es dann upgraden es wurden auch manche dinge renamed oder anders benannt damit es einfach ein wenig sauberer ist ein wenig aufgeschlüsselter beispielsweise finger abdrücke also sind zum einen beweis und die werden im büchlein als ultraviolet dargestellt sprich wenn die fingerabdrücke weiter suchen und älte häckchen machen footsteps photos und descriptions sehen als footprints also fußabdrücke sehen als fußabdrücke ganz normal also kein beweis im grunde ist ja alles selbst erklärt dann gehen wir direkt weiter zu den dots die dort haben diverse änderungen bekommen beziehungsweise genauso natürlich auch die beweismittel ein dieses upgrade system und gerade mit dem ersten item kommen viele vielleicht nicht klar we felt that dots wasn't a very interactive evidence type so we've completely refactored it from the ground up instead of being a clone of the ghost that gets spawned in and revealed with dots the following will happen also vorher war das ja einfach nur sozusagen ein klon vom geist der durch die dots gelaufen ist einfach random boop und das wollten sie nicht mehr denn sie wollten etwas interaktives haben über no longer get duplicate duplicate dots ghosts or dots triggering during events and or other interactions also wenn eine interaktion gerade ist oder eine jagd ist wird man nichts in den dots sehen können damit es einfach kein kein klon ist kein doppelgänger sondern damit klar wird okay wenn ein event ist kann er nicht durchlaufen weil der geist vor euch steht ghost with dots evidence can now enter a short dots state where they are temporarily visible with infrared light during this time they will wander towards the nearest player before disappear if the player is in the same room also diese dots diese geister dots die können in einen bestimmten modus gehen der wird hier als dots state niedergeschrieben in diesem modus können sie kurz verweilen was bedeutet wenn ihr sie mit den dots triggert und sie seht können sie dort kurz oder erscheinen sie dort und werden dann auf den spieler zuwandern insofern der spieler im gleichen raum ist wie wie das wesen das gerade in den dots ist also sprich der geist das finde ich sehr sehr gut dadurch kann man sie zum teil leichter erkennen wenn sie auf dich zuwandern ich habe auch schon gesehen die leuchten relativ gut grün wenn ihr dort hat kann man sie sehr gut erkennen auch mit der ersten lampe dots ghost photos now count as normal ghost photos wenn ihr ein foto macht von diesen und diesen dort erzählt das als geister foto ich kann euch noch nicht zu 100 prozent sagen ob das auch die quest abschließen würde also sprich machen foto von geist aber dadurch dass sie das mit diesen änderungen so darstellen als ob das an den dort wirklich der richtige geist ist kann ich davon oder gehe ich davon mal aus benji's will try to roam towards the target instead wenn sie will versuchen auch bei den dots in deine richtung zu laufen sehr sehr cool eigentlich jetzt haben wir fire lights and igniters you can now turn off fire lights by pressing the use button again while holding it wenn wir zum feuerzeug hat kann man scheinbar den benutzer button noch mal dring drücken also kannst du an machen und ausmachen wenn du einfach diesen benutzer button noch mal drückst das glaube ich bei mir ist glaube ich f je nachdem welche einstellung ihr habt jetzt auch f sein linke maustaste whatever fire lights now have the duration of their effects and no longer stop the sanity drain completely with different amounts of sanity benefits per tier die fire lights also die lichter zum beispiel kerzen beispielsweise diese 10 hier auch also sprich gegenstände die eben eine flamme haben diese hatten vorher diesen effekt dass sie deine sanity nicht shoppen jetzt kommt es immer auf die stufe an je nachdem welcher stufe kann es sein dass dieser effekt stärker oder leichter ist parabolic microphone when using a parabolic microphone you will now clearly hear all sounds and you are aiming towards within range why all other sounds will be muffled wenn ihr das parabole jetzt in der hand habt und ihr schaut in eine bestimmte richtung werden alle geräusche die in dieser richtung liegen werden verstärkt ihr werdet ihr besser hören alle anderen gegenstände die ihr an den seiten sind oder hinter euch diese werden ein wenig gedämmt deswegen vorsicht ich weiß nicht wie stark dieses oder wie stark dieser kontrast dann sein wird nicht dass der geist rechts von euch spawnt ihr habt gerade das parabol kann da wenig tricky sein da auf jeden fall dann gut drauf achten insolent der interval in which der ghost checks if an incident is active is now much smaller making repelling the ghost much more consistent wenn ihr räucherstäbchen zum beispiel an habt jetzt wird das öfter der fall sind also sprich er wird öfter kontrollieren sozusagen ob räucherstäbchen da sind die in effekten und dann wieder auch darauf reagieren und dann eben auch in die andere richtung beispielsweise wandern using incense during another instance effect will now reset the timer instead of doing nothing vor allem war das so wenn ihr den geist geräuchert habt und er hat diesen effekt gehabt diese sechs sekunden oder bei moro diese zwölf sekunden dass er weggegangen ist und er sollte ist zum beispiel auf einen spieler losgegangen und er stand noch unter diesem effekt und er hat geräuchert hat das keinen effekt gehabt jetzt wird einfach der cooldown wieder reset was bedeutet es hat einen effekt ihn dort auch noch mal zu räuchern dann sind es wieder bei diesen sechs sekunden oder bei der zwölf bei moro das ist das was ich vorhin erwähnt habe jetzt kann man nur noch die fußabdrücke sehen wenn ihr auch fingerabdrücke als beweis habt wenn ihr ein foto machen wollt von diesem fuß abdrücken müsst ihr mit einem uv lampe also muss es drauf gerichtet sein vorher konnte man einfach wenn sie unsichtbar war ein foto machen jetzt müsst ihr sie wirklich klar sehen können damit ihr auch ein foto macht die mussten dann auch klar zu sehen auf dem foto und dann kriegt ihr auch eine sternebewertung das ist genau die used again after the team to shake and we will tell us the light they produce ursprünglich war es so dass die dass die klick lichter so weit ich sie einmal bin also wenn ihr sie benutzt ein starkes licht hatten und dann immer schwächer werden jetzt könnt ihr dann noch mal diese glow stick schicken wird ja also noch mal schütteln oder halt noch mal aktivieren sozusagen und dann ist das licht auch wieder da also dann ist wieder kräftiger thermometers and temperatures mit dem thermometer oder mit den temperaturen hatten einige leute probleme dann mir ist auch schon aufgefallen auch als ich selber gezeugt habe hier oben könnte ich ein das letzte video verlinkt haben wenn alles gut läuft und dort sieht man es auch dieser freezing effekt da gehen wir jetzt auch gleich drauf ein thermometers are no content as a starter item alongside the other evidence items das ist schon mal das erste was jetzt sehr gut ist ihr bekommt in euer standard equipment und einem starter equipment bekommt ihr ein thermometer natürlich stufe 1 ganz klar wobei ich glaube wenn ihr jetzt das schon geupgradet hat könnte auch das ist ein höheres the cold breath effect will now show at five degrees celsius and below wenn ihr eine geisterung kommt und es hat unter fünf grad habt ihr diesen freezing effekt normale geister die diesen beweis nicht haben also sprich die kein freezing haben haben das auch jedoch siegt die temperatur nur bis auf ein grad von null grad bis maximal minus zehn grad haben die geister ihre temperatur die das als beweis haben deswegen ist es teilweise verwirrend wenn jetzt den geisterraum geht dann nicht denken ihr freezing als beweis nur weil ihr frostatm hat ich denke einfach dadurch dass das erste thermometer sich so langsam temperierten dass teilweise wirklich schwierig sein kann den geisterraum zu finden anhand des thermometers haben sie das jetzt mit eingeführt um es leichter zu machen schwäche kommt den geisterraum rein ihr freezing wisst hier ist geisterraum später ist dann das thermometer dann hoffentlich irgendwann temperiert wenn ihr es reingelegt habt die draufschauen dann seht ihr ob ihr knapp über null grad habt oder oder ungefähr minus 10 oder zwischen 0 und 10 dann wisst ihr ob es 0 und minus 10 dann wisst ihr ob ihr jetzt das ganze als beweis habt oder nicht mir ist auch aufgefallen wenn man wirklich also wenn man ein geist hat der wirklich das nicht als beweis hat dann ist es auch wirklich knapp über null also wirklich minimal dann geht es jetzt nicht hoch auf 5 oder sowas nein das ist wirklich knapp über null und wenn ihr wirklich freezing habt dann geht es auch wirklich rund auf minus 10 nehmen also da wenn ihr euch nicht sicher seid einfach noch ein bisschen länger warten dann passt es was auch hier interessant ist ihr spielt auch mit rein welches wetter ihr draußen habt tripods and video cameras max amount reduced to four maximal kann man vier tripods also vier stative genauso wie video kameras mitnehmen was genau so wie video cameras like items die geister können jetzt die video kameras und werfen habe ich selber noch nicht beäugen dürfen aber finde ich sehr interessant natürlich auch sein dass es nur bestimmte geister können wie zb poltergeist oder gut ohne inzwischen nicht mehr der hatte früher die fähigkeit mit weiter werfen aber da hier nicht konkrete steht denke ich dass jeder könnte in groß genau werden die noc over tripods also die geister können jetzt nicht nur video kameras bewegen wenn ihr sie hingelegt habt ja die können eigentlich auch driver zu werfen und zum items are now consumable this means that if you use the item during a contract marked as consumable in the shop you have to purchase it again when you leave also scheinbar gibt es jetzt items die consumable sind also die ihr nochmal kaufen müsst sobald ihr sie verwendet haben also sprich die sanity pillen salz räucherstäbchen die anzünder highlight kerzen und kruzifix diese gegenstände sind verbrauchsgegenstände weil sie verbrauchten müssen sie sie nochmal kaufen mir ist auch schon aufgefallen die preise wurden für solche gegenstände reduziert damit es einfacher ist oder jetzt besser ist und das müsst ihr natürlich wenn jetzt auf einer map spielt müsst ihr das auch so ein bisschen mit einkalkulieren damit dem ende noch geld kriegt wobei man sagen muss die rewards wurden erhöht man kriegt ordentlich geld wenn ihr sowas wie die weekly challenge habt dann spielt es da natürlich nicht mit rein da kriegt die gegenstände gestellt sprich müsst dann hinterher nichts kaufen photo system added new photo camera system which takes into consideration the distance and view angle of the evidence je nachdem wie nahe dran seid oder in welchem winkel ihr auf dieses objekt schaut während ihr ein foto macht erhöht sich reduziert sich die qualität dementsprechend auch die stellenbewertung dann evidence in photos when now need to be closer and centralize to get a higher quality reward wenn ihr beweise fotografieren wollt also sagen wir mal fingerabdrücke beispielsweise müssen diese mittig sein und ihr müsst näher dran sein damit ihr wirklich die maximale sternanzahl bekommt als nächstes haben wir reward changes darauf bin ich ja kurz schon angegangen das habe ich ein bisschen angeschnitten several rewards have have had their values adjusted to feel more rewarding and encourage the complete completion of objectives rewards for all objectives tasks in the weekly challenge have been increased drastically also sprich die rewards wurden erhöht any experience earned will now give you the same amount in dollars das was ihr an erfahrung bekommt bekommt ihr auch als gelder sprich wenn ihr 100 erfahrungspunkte bekommt kriegt ihr 100 dollar wenn ihr 100 dollar kriegt kriegt ihr 100 erfahrungspunkte das ist sehr sehr geil deswegen sowas wie die weekly challenge auf jeden fall machen da kriegt man 5000 flocken was bedeutet auch 5000 erfahrungspunkte und dadurch kriegt natürlich ein ordentliches level rise reward for collecting the bone will no longer be affected by the reward multiplier in den knochen einsammelt das geht jetzt nicht mehr in diesen multiplikator mit rein der trainingsmodus wurde angepasst the training version has been replaced with a brand new experience to access it press the training button on the main menu ich habe da selber noch nicht reingeschaut aber das tutorial sozusagen dieser training mode sollte jetzt ein bisschen überarmertet sein this version of training is set in a custom built warehouse with different rooms to show the player how to use each item of evidence equipment as well es gibt tipps and tricks um how to play the game in a controlled environment dieses haus ist ja scheinbar nicht mehr das tangebot wie es vorher war sondern ein separates haus das extra dafür gemacht ist mit verschiedenen räumen in denen die einzelnen items die einzelnen beweismittel erklärt werden also sprich extra räume in denen ihr die dots testen müsst und sehen könnt hey wie sieht das ganze aus ganz mit finger abdrücken mit allen beweismitteln eben finde ich sehr gut also wenn ihr fragen habt oder wenn ihr euch interessiert hey wie funktioniert dieses dieses beweismittel wie funktionieren zum beispiel dots wie sehen die ja letztendlich aus empfehle ich euch ins training zu gehen auch wenn ihr vielleicht schon spielerfahrung hat das ist jetzt nicht nur für die neuen spieler also komplett neuen spieler sondern auch schon für die die vielleicht ein bisschen erfahrung haben damit sie eben was nachschauen können vorher als es noch in tangebot war war es ja eine normale situation und da war ein bisschen überfordert deswegen finde ich das sehr gut blocking players natürlich gibt es jetzt auch wieder ein neues system oder ein überarbeitetes system andere spieler die euch nerven oder dieses sagt man so wie die euer spielerlebnis bombardieren blockieren wir genau block oder players blocken alle players will keep them permanently muted until you unblock them wenn ihr sie blockt sind sie gemütet zu blocker anwerker player presste block button und an ihrer der player card or on the recent player page um jemand zu blocken könnt ihr auf der id card einen button finden dort könnt ihr in muten oder end muten also sprich blockieren oder entblockieren oder direkt auf der spieler seite genau so an block players bei going to the block players tab in dem pause menü im pause menü habt ihr auch jetzt einen reiter mit block players und dort könnt ihr sie zum beispiel damit auch wieder entblocken auf die neuerungen und auf die changers will ich jetzt noch eingehen aber da weiß ich noch nicht ob ich auf jeden punkt eingehörter wer das gleich sehen credit unity engine for many performance improvements also hier viele performance verbesserungen durch durch render also durch andere renderer durch neue engine und so weiter es gibt schon mal jetzt einen knopf bei den einzelnen gegenständen oder ein button bei den einzelnen gegenständen auf den klicken können da könnt ihr zwischen den level eurer gegenstände wechseln was bedeutet wenn jetzt ein gegenstand geupgradet habt aber er hat euch vor besser gefallen könnt ihr dort jetzt wechselt damit ihr einen früheren gegenstand mitnehmen könnt es gibt es range indicators bei ghostwriting books also bei den geisterbüchern und bei dem motion sensoren bewegungssensoren stufe 3 müsst ihr jetzt platzieren wie kurz gefixen mit den raumabdecken damit der geist praktisch von diesem innerhalb diesem kreis also in seiner in der nähe dieses buches rein schreibt was bedeutet ihr müsst sie jetzt würde ich mal sagen relativ zentral im raum platzieren um die größte fläche zu haben und die größte wahrscheinlichkeit dass der geist reinschreibt hierbei empfiehlt sich wahrscheinlich auch gerade wenn ihr stark raumende geistert gerne mal den raum verlassen platziert das so dass auf jeden fall auch die tür abgedeckt ist wenn der geist die ganze zeit durch die tür geht rein raus geht dann habt ihr natürlich auch sehr gute karten das gleiche beim bewegungssensor wenn der geist eine kerze ausbläht wird jetzt ausbläht ausbläst wird er jetzt immer imf hinterlassen und hier steht auch noch mal dass diverse gegenstände angeschalten werden können sowie ausgeschalten werden können was vorher nicht ging vorher muss man dann auf einen anderen slot wechseln oder gegenstand hinwerfen beispielsweise die kerze jetzt kann man an und ausmachen natürlich gibt es auch noch ein paar änderungen die kruzifixe haben eine extra 50 prozent range für jede für jede stufe das finde ich sehr sehr cool gut jetzt wahrscheinlich also beim der man natürlich weil ich habe ich das gerade erwähnt habe ich stufe eins habt ihr keine 100 prozent range wie bei einer anderen weißen der man das habt ihr 150 prozent bei tier 2 kommt dann noch mal 50 prozent oben drauf also 200 prozent range und bei stufe 3 habt ihr 250 prozent und beim moro haben die räucherstäbchen jetzt diesen effekt mit diesen zusätzlichen 50 prozent für jede stufe nicht auch sehr so cool sprich dadurch erhöht sich dann die dauer bei normalen geistern sechs sekunden beim moro auf stufe eins wären das dann noch mal 50 prozent umdrauch spricht 9 sekunden bei tier 2 12 sekunden bei tier 3 15 sekunden der wunsch i wish to see the ghost teleportiert jetzt nicht mehr länger den geist vor dich sondern dort wo er gerade ist wieder aufgedeckt was bedeutet die geister laufen mir die ganze zeit rum durch den geister raum gegen ihn nach draußen wenn man jetzt diesen satz sagt wird an dieser stelle in der er gerade ist einfach nur sichtbar gemacht das finde ich sehr sehr interessant und es könnte natürlich auch deswegen hier aufpassen es kann natürlich auch sein dass er gerade in euch zum beispiel ist oder gerade direkt vor euch ist und auf euch zukommt könnte ein wenig kontraproduktiv sein deswegen mit vorsicht genießen wenn ihr sehr schreckhaft seid wenn ihr den button turning auf flashlights also bei der custom difficulty seid und ein eigenes spiel erstellt und ihr haltet aus also die taschenlampe aus dass die nicht mehr funktionieren werden alle taschenlampe ausgeschalten sprich die dort taschenlampe stufe 1 die ov taschenlampe stufe 2 und so weiter natürlich auch die taschenlampe da auf jeden fall aufpassen denn ja am ende steht ihr ohne dots da oder ohne möglichkeit dort zu sehen okay das finde ich sehr cool die haben die einzelnen tiers also die einzelnen stufen des equipments auch mit in die challengers reingebracht in manchen challengers könnte es sein dass ihr stufe 2 stufe 3 gegenstände bekommt in manchen challengers kriegt die stufe 1 gegenstände genauso wie jetzt beispielsweise in dieser woche da habt ihr auch stufe 1 gegenstände das könnte auf jeden fall sehr sehr haarig werden zum teil es wurde jetzt auch die wahrscheinlichkeit dass der geist mit türen interagiert reduziert und das war teilweise bei manchen gestern sehr extrem dass die ganze mit türen interagiert haben und das war ein wenig kontraproduktiv weil man will ja auch gegenstände haben und das hat das ganze überdeckt und das haben wir jetzt angepasst sprich sie interagieren jetzt weniger mit den türen damit es ja die normale interaktion nicht überpowered wie es hier steht obwohl powering bin ich cool geschrieben die kerzen die in den gebäuden stehen könnt ihr immer noch anzünden jedoch könnt ihr sie nicht mehr nehmen also ihr könnt ihr verliert jetzt auch noch mal sanity bei denen vorher konnte man auch diese kerzen in die hand nehmen anzünden dann habt ihr auch keine sanity verloren das wurde jetzt entfernt normalerweise war es so wenn euer buch büchlein voll war mit zehn fotos und ihr habt die quest gehabt dass ihr ein foto vom geist machen müsst konntet ihr noch ein foto vom geist machen das hat gezählt das zählt jetzt nicht mehr braucht jetzt dieses geister foto in eurem büchlein ansonsten gibt es hier noch diverse performance verbesserungen diverse kerzen in sunny man house wurden zum beispiel auch noch angepasst also sprich sehr sehr viele performance anpassungen und ja wir haben jetzt hier auch noch fixes die könnt ihr auch selber durchlesen genauso wie die neuen issues denn ja es ist gut dass gefilgt worden ist aber von den meisten wurde ich zum beispiel nicht effektet deswegen ist es nicht so dramatisch und solltet ihr von irgendwelchen bugs effektet worden sein dann seht ihr jetzt ob es doch drin ist oder nicht deswegen lässt euch das ganze selber gerne durch das war es jetzt auch mit dem video ist auch ein bisschen länger geworden als gedacht und wenn noch fragen sind einfach fragen stellen ich bin sehr gespannt wie ihr euch schlagen werdet und ich bin auch gespannt wie ich mich schlagen werde euch ganz viel spaß 3 bis dann tschau tschau